Kinofans und Filmschaffende, die blicken heute ganz gespannt nach Ludwigshafen, denn da beginnt zum 15. Mal das Festival des deutschen Films. Welche Stars da am Start sind und vor allen Dingen welche Filme gezeigt werden, das alles verraten wir Ihnen gleich noch. Vorher möchten wir aber sprechen mit meiner Kollegin Tracy Wittig. Die haben wir nämlich nach Ludwigshafen geschickt, sie ist vor Ort und man kann es sehen, sie steht schon mittendrin im Rummel auf dem roten Teppich. Tracy, du hältst für uns Augen und Ohren offen. Was kannst du uns berichten, wen hast du vielleicht schon getroffen? Ja, ich habe schon einige Schauspieler hier angetroffen. Harald Schrott war zum Beispiel, der ja auch einen Wendelfszeitfilm mitspielt, den ich ja auch später auch noch gleich interviewen werde. Natürlich wird dann auch die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck von Ludwigshafen erscheinen, auch Landeskulturminister Konrad Wolf wird da sein. Aber ich habe jetzt hier auch den Festivaldirektor Michael Kötz neben mir stehen. Wie schwierig ist es denn eigentlich, so ein Festival auf die Beine zu stellen? Naja, es ist schon Arbeit. Ich mache es Gott sei Dank nicht alleine. Wir arbeiten ein Jahr da dran. Und gut, dann muss es alles in den 19 Tagen funktionieren. Auf Anhieb und perfekt. Aber es tut es. Sie machen es ja jetzt schon seit 2005, machen ja parallel ja auch die internationalen Festspiele Mannheim-Heidelberg, haben sich ja jetzt dazu entschlossen, das nicht mehr federführend weiter fortzuführen. Warum ist es Ihnen so wichtig, dieses Festival weiterzutragen? Naja, das Festival hat nicht umsonst so wahnsinnig viele Menschen. Über 100.000, die hier herkommen. Es macht auch wirklich selber Spaß, das zu machen. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Filmkunst und Lebensfreude gleichzeitig. Also ich glaube, ich würde hier auch privat selber herkommen, würde mich hier hinsetzen und ein Glas Wein trinken und schauen, was sie da so an Filmen ausgesucht haben. Wir suchen sehr sorgfältig aus. Wir wollen, dass die Menschen eine interessante Erfahrung machen, die sie nicht gleich wieder vergessen können. Also es soll eine sinnliche Erfahrung sein. Es ist nicht belehrend. Wir sind nicht in der Schule. Das Ganze muss was mit Lebensfreude zu tun haben, aber auch was für die Birne. Also darum geht es. So eine Kombination. Und die ist, glaube ich, das ist ziemlich unschlagbar an einem wunderbaren Ort. Deswegen kommen so viele und es macht auch Spaß, das zu machen selber. Sie haben sich ja bestimmt bei dem Eröffnungsfilm Wendezeit auch viele Gedanken gemacht. Warum ausgerechnet diesen Film heute Abend? Ja, es ist ein Thriller, eine weibliche Agentin. Es ist ein Film zu 30 Jahre Mauerfall. Eigentlich perfekt, weil die Mauer fällt in diesem Film. Sie erzählt noch einmal die ostdeutsche, westdeutsche Geschichte in Form dessen, was auf der Agentenebene passiert ist. Aber eigentlich ist es eine Liebesgeschichte und es wird aber ein bisschen klar, was damals wahrscheinlich ein bisschen vergessen wurde, nämlich die Menschen. Wir wissen, dass sie dadurch ein bisschen rebellieren im Osten, weil sie sich eben vergessen fühlen. Und das wahrscheinlich zu Recht. Man hat sie zu sehr abgewickelt und erledigt. Und das rächt sich ein bisschen und davon erzählt der Film auch indirekt. So wie Gundermann zum Beispiel von Andreas Dresen, den wir auch zeigen. Wunderbarer Film. Also um diese Ambivalenzen und die ganzen interessanten Sachen, die alle nicht richtig vorgekommen sind bisher. Deswegen ist es ein schöner Film. Ja, es klingt auf jeden Fall so. Wir müssen ihn auf jeden Fall später auch mir noch angucken. Mit welchen weiteren Highlights können die Besucher denn hier noch rechnen? Naja, ich freue mich, dass Bjarne Medel kommt und Julia Koschitz, zwei wunderbare Schauspieler. Ich halte ja auch die Laudatio, die Lobrede aus. Sie hat mich mit deren Leben und Vita befasst, also was sie gemacht haben mit ihrem Werk. Und das ist faszinierend. Also beide auf ganz verschiedene Weise natürlich. Aber es sind tolle Schauspieler, wie wir überhaupt tolle Schauspieler in Deutschland haben, die den deutschen Film ja auch tragen. Also wir laden die nicht nur ein, damit wir hier berühmte Gesichter auf dem Teppich haben, sondern wir laden sie ein, weil ihr Beitrag im deutschen Film sehr, sehr wichtig ist. Ja, wichtig ist jetzt auch dieser Abend für Sie. Ist ja die Öffnung. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß. Um 19 Uhr geht es ja los. Und später werden wir ja noch Harald Schrott im Interview sehen. Und ja, schauen wir mal, was der Abend heute noch so bringen wird für mich. Wir sind in jedem Fall gespannt und wir sind auch live dabei. Danke Tracy für die ersten Eindrücke.